Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geronimo und der Schatz vom Silbersee. Äh, wir paddeln jetzt zurück zu unserem Boot, das wir da hinten irgendwo geparkt haben. Und durchsuchen das Gebäude, das wir da gerade super sniper mäßig in der letzten Folge entsnipefiziert haben. Snap! Und dann schauen wir weiter. Chabba! Jabba du! Habba! Ich finde, man muss, wenn man rumhüpft, solche Geräusche machen. Schnibbel die Bipki, schnupf die Wubu, schnabbelwap, schnabbelwap 4, die Rückkehr. Der war nicht so gut wie der dritte, die Abrechnung. So, erstmal ein bisschen trocknen und wärmen hier. Du holst dir noch den Tod, Mädel. Wie alt ist sie da eigentlich? Da dürfte sie so um die 18 rum sein, oder? Glaube ich. Na, 19 vielleicht. Na, sowas. Cool. Ein Pfeil. Wir hatten wirklich, wir haben echt schon lang keinen Pfeil mehr gekriegt. Und auch keinen gecraftet. Eine Katze! Das könnte... Das ist noch eine Katze! Das könnte... Das könnte... Das könnte... Das könnte... Eine wirklich lustige Idee. Hä? Okay, das sind noch alte Aufzeichnungen. Wundert mich, dass die hier die Jahrzehnte überdauert haben, ne? Aber wer weiß. Jules. Bitte wenden. Jules. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wir waren klatschnass durchgefroren und hungrig, als wir ihr Lager erreichten. Eine Sarafitenfrau hat sich um uns gekümmert. Warmes Essen, Decken. Sie strahlte Liebe aus. Sie hat mich so behandelt, als würde ich dazugehören. Ihr Name war Karen. Karen, oder wahrscheinlich eher. Der Plan war, am nächsten Morgen mit ihrem Boot nach Haven zu fahren. Dann fielen Schüsse. Karens Kopf explodierte, ihr Blut war überall. Wir liefen auseinander. Zachary wurde angeschossen. Es waren unsere Leute, zwei Wolves. Sie gingen direkt an mir vorbei. Sie dachten wohl, ich wäre ihr Gefangener. Und dann ist irgendwas in mir zerbrochen. Ich zog meine Pistole und schoss ihn von hinten in den Kopf. Zachary ist zäh. Er wird durchkommen. Wir beerdigen Karen und sprachen ein Gebet für sie. Zachary gab mir einen neuen Namen. Emmett. Er sagt, das bedeutet Wahrheit. Ich habe mir den Kopf geschoren und mein Gesicht zerschnitten. Jules, ich frage mich, ob du mich überhaupt wiedererkennen würdest. Emmett. Na ja. So. Kann's gehen. Und wieder. Wieder eine Gewalt erzeugt gegen Gewaltgeschichte. Das Spiel ist einfach so prall gefüllt mit diesen Geschichten. Sprengpfeil. Ich muss es tun. Nur, nur weil es Spaß macht. Ja. Aber die Scheiben zerbrechen schon ziemlich. Ah, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die einen Impact-Punkt wirklich da haben, wo ich hinhau. Oh, okay. Du wieder. Du wieder. Mutter. Mutter. Der ganze Schrott kommt aufs Schafott. Fidi, vidi, bum, ba, rapsa, sa. Yeah. Metallschrott und Lappen. Server. Server. Und dann sieht man dem Klienten das am besten verkaufen kann und bla, bla, bla. Während man hier in diesem Überlebenskampf ist, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo es um Blut geht, wo es um Rache geht. Und dann sieht man einfach diese Probleme der aktuellen Welt, wenn man das überhaupt als Problem bezeichnen will, wie man dem Kunden am besten das Produkt verserbelt. Aber ja, mit anderen Augen. Es ist so nichtig und lächerlich. Ich meine, ich sehe das ehrlich gesagt sowieso schon immer als nichtig und lächerlich an, so Sachen. Vielleicht sollte ich das ernster nehmen, dann wird vielleicht der YouTube-Kanal besser laufen. Aber ich kann mich auch nicht ändern. Ist halt so. Ich finde das einfach lächerlich. Und deswegen finde ich das schön, dass das Spiel das so auch nochmal einem vor Augen führt und verdeutlicht, wie lächerlich das eigentlich ist. Mit welchen Nichtigkeiten man sich hier so rumschlägt. In unserer, in unserer echten, realen Realität. Die so surreal ist manchmal. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ah, nice. Hätte ich gar nicht erwartet, aber nice, dass das geht, dass die kaputt gehen können. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Nicht in unbekannte Gewässer sprengen. Oh, guck. Stell dir vor, sie hätte einen Kopfsprung gemacht. Wären wir jetzt einen Kopf kürzer. So, ich schätze mal, dass wir da lang müssen, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. Ich fahr mal vorsichtig rein hier. Ja, das sieht aus wie ein Weg. Das sieht aus, als wär's gewollt. Dann fahr ich erst nochmal kurz raus. In ein Bötchen. Ich krieg bitte 20 frischgebackene Bötchen. Da kann man hochklettern. Nein! Achso, okay, doch. Passt schon. Ich dachte, ich muss vom Boot ausspringen, aber nö. Ein Stock. Flasche, den kann ich was craften vielleicht. Nur ein Pfeil immerhin. Aber da war jetzt, glaube ich, keine Pfeilzutat. Nö. Trotzdem cool. Haben wir wieder Pfeile. Und wieder keine Sprengpfeile benutzt gerade. Irgendwann. Irgendwann benutze ich die Sprengpfeile. Und dann sprenge ich die ganze Welt. Aus ihren Angeln. Gib mir einen Punkt, an dem ich den Detonator platzieren kann. Und ich sprenge die Welt aus den Angeln. Hat doch mal... hier... der Muldishin Guy gesagt. Okay. Weiter geht's. Lootvorgang abgeschlossen. Progressionsvorgang aktiviert. Ah ja, hier ist die... Hier gibt es kein Zurück mehr, Schranke. Wenn das Gebiet mal entladen ist, dann laden wir das nicht nochmal, Spieler. Überleg's dir gut. Sagt mir das Spiel hier quasi. Und ich sag... Okay. Yeah! Oh, ich hab mich verheddert. So. Wie, was? Vorsicht! Ja, ich möcht mit Ellie nicht in die Scherben fahren. Ich glaub, das ist überaus gefährlich. Okay. Okay. Das schauen wir doch mal. Das kriegen wir schon geregelt. Aber erst... Plündern! Aber jetzt... Wir looten erst. Komm, komm! Zehn Tabletschkos waren das gerade, ne? Das ist... Ich glaub, jetzt können wir hier mal... Ah, warte mal. Hier könnten wir jetzt entweder... Du überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht. Nicht schlecht. Oder beim Belauschen schneller bewegen. Lähm. Haltbarkeit des Schalldämpfers ist nicht schlecht. Lautdose-Kills werden schneller ausgeführt. Auch nicht schlecht. Aber machen wir mal extra Leben. Ich mein, das Spiel verpackt das anderes, aber das ist im Grunde, was es ist. Wir haben ein extra Leben. Drei mal... Komm her. Schrott. Ich freue mich schon auf die nächste Werkbank. Unter Umständen Infizierter. Nee, kein Infizierter. Glaube ich zumindest. Wir haben nämlich echt viel Schrott gefunden. Ich glaube bei der nächsten Werkbank. Das ist ein Zufall. Das ist ein netter Zufall. Können wir nämlich vielleicht was Cooles machen. Wie wäre es zum Beispiel endlich? Nein, es geht nicht. Das ist echt teuer, das Ziel von 80. Heiligs Kartöffle. Na dann. Was ist denn das eigentlich für ein nicer Pixel-Guy? Ach so, das ist ein Spielautomat. Jetzt sehe ich es erst. Warrior Moonlight. Ich bin der Moonlight-Warrior. Ich habe eine große Säule in meiner Hand und ich kann nicht nachher schauen. Das ist meine Superpower. Klick in einem coolen Spiel. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, natürlich. The Turning kennen wir natürlich aus dem ersten Teil, beziehungsweise vor allem sehr prominent aus dem aus dem DLC. Das wird ja schon im Hauptspiel angeteast, das Spiel. Ach du Scheiße. In dem DLC ist es dann wirklich Step Beat. Step Beat. Zwei Spiele gleichzeitig. Oh, das sieht nach was Gutem aus. Dino Escape Crash. Also Leute, dafür, dass die Welt im Jahr 2013 untergegangen ist, sind aber die Spielautomaten, die hier so rumstehen, schon ziemlich retro, oder? Alle so Pixelspiele und sowas. Ah, was haben wir denn hier? Check Axe. Ein bisschen selbstreferenziell hier von Naughty Dog. Why not? Night to Race Boost. Ich meine, guckt euch das an. Guckt euch die Spielgrafik an, mit der hell geworben wird. 2013 war die Spielautomatenlandschaft schon ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, hier in Europa gab es da schon nicht mehr wirklich so eine Spielhallen. Äh, oder? Clean, Clean Teel, oder, oder so, überhaupt so. Spielhallen einfach, in dem Sinne. Also, Akats meine ich jetzt damit. Na, super. Und hier ist es super pilzig. Ja, Bloater. Bloater. Und hier ist es. Okay. nicht direkt이�ніше. wenn wir in den nächsten machen wir. Die Chegel wir sind. wir sind. wir sind. Schrauben, Oder? In Sustainable. Schrauben, Wir sind. Wir sind. Und, wir sind. dass es eine gute Idee war. Nein, jetzt kommt auch noch Nummer los. Und ich bin leider tot. Ja, das war ungünstig. Ich habe mich ein bisschen selber mit dem Sprengpfeil gesprengt, aber ich wollte unbedingt mal einen benutzen und jetzt bin ich tot. Ich kann wirklich nicht gut heißen, dass der hier die ganzen Arcades zerstört. Hab dich, Arschloch! Hab dich, Arschloch! Und dich auch. Das war aufregend. Ja, haha. Das kann sie laut sagen. Finde ich auch. Zurück zu dem verdammten Riesenbad. Das war nervenaufreibend. Wenn es dann letztendlich auch recht schnell ging, aber trotzdem war es erstmal ganz schön nervenaufreibend. Ah, was haben wir denn hier? Äh, nix? Hallo? Ah, doch jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Ke- 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 Kez- Kez- Kezak- Breit. Ist bestimmt ein böser, aber sowas von. Kezak-Breit, Heimatplanet Titan. 140 Spark. Der junge Kazak Bright verlor durch den Bürgerkrieg auf Titan seine Eltern und schwor der Future Alliance, die er für den Ausbruch des Konfliktes verantwortlich machte, Rache. Als Erwachsener wurde er ein anerkannter Kommunikationstechniker bei Spark Century 22 und entwickelte ein Quantensignalübertragungstechnologiegerät, die die Kommunikation über enorme Distanzen ermöglichte. Obwohl die Spark einen Vorteil verschaffte, erlitt man gegen die Zukunftsallianz eine Niederlage nach der anderen. Kazak gelang es, die Reichweite seines Quantenkommunikators bis weit hinter unser Sternsystem zu erweitern. Jetzt versucht er jemanden oder etwas zu erreichen, das ihm endlich zu seiner lang ersehnten Rache verhelfen kann. Neutraler Schurke. Wo war denn die nette Person, die der Herr Bloater vorher gerade verspeist hat? Mich würde interessieren, ob der noch was Nützliches bei sich trägt. Was ist denn das da? GTA? Urban. Ja, das ist ziemlich GTA. Urban. Urban Rush. Achso. Dann ist es wahrscheinlich eher ein Rennspiel. Aber es sieht sehr nach GTA Artwork aus irgendwie. Meteor Battle. Moment, das steht noch aus. Meteor Battles Saga. Das sind sehr realistische Videospielnamen. Das muss man schon sagen. Das kann ich nicht lesen. Metal... Metal Racing. Habe ich da gerade ein Monster gehört? Mir war so, als hätte ich da gerade so schnaufen und dann irgendwas kaputt gehen gehört. Naja, wer weiß. Suchen wir einen Weg hier raus aus dem Loch. Mir wird es hier zu mulmig. Hab keinen Bock mehr. Grusel-Wusel-Heiterkeit. Können wir hier raus? Ne. Auf die Automaten können wir auch nicht. Hier ging es aber nicht weiter, oder? Achso, doch. Hier geht es weiter. Okay. Na dann. Alles klar. Wunderbar. Ist das... Ein riesiger gelber Vogel, der irgendwie... Ich kann es nicht anders sagen. Kot... Klumpen... Hinterherjagt. Kackwürstchen. Einfach. Ne. Irgendwie schon. Nice. Raiden! Was ist denn hier los? Model Compat. Schade. Wo ist jetzt das Tor eigentlich, um das ich mich kümmern soll? Wir hatten hier was zu tun, ne? Ich bin nicht nur hier, um noch einen funktionierenden Automaten zu finden, an dem ich spielen kann. Auch wenn das in Wirklichkeit meine oberste Priorität wäre. Oh Gott, das tut direkt weh, wenn man das sieht, irgendwie. Oh Gott. Ich dachte, das zerbricht jetzt irgendwie und macht klirr und zerdeppert. Aber diese Dellen tun mir richtig jetzt im Herzen weh. Weil ich mir vorstelle, dass das meinem Fernseher passiert. Meinem geliebten, unschuldigen, kleinem Fernseher. Die Reihenfolge, wenn es um Empathie geht, sind bei mir Hunde, Fernseher, Menschen. Zumindest in dem Spiel. Entscheidet. Schon wieder eine Nachricht für Jules. Ich krieg keine Luft, dieser ganze Horror. Wir sind in dieses verfallene Gebäude gegangen, um uns noch schnell ein paar Vorräte zu schnappen. Und wurden von einem riesigen Dämon angegriffen. Er griff nach mir, aber Zachary sprang dazwischen und attackierte ihn mit einem Beil. Der Dämon packte ihn am Kopf und zerriss ihn in zwei Teile. Ich wusste, dass er tot war. Und ich rannte weg. Ich bin kein Feigling. Ich hatte keine Wahl. Jetzt bin ich alleine. Und ich muss diese Reise zu Ende bringen. Ich werde es zur Insel schaffen und mich meinem neuen Brüdern und Schwestern anschließen. Ich werde Zacharies Eltern finden und seinen Namen ehren. Jules, ich gehe davon aus, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden. Ich werde für deine Seele beten. Leb wohl, mein Freund Emmett. Aber dieser Emmett ist schon sehr schnell zu so einem Sektenheini geworden, oder? Dass der jetzt hier schon die infizierten Dämon nennt und irgendwie dann irgendwie betet und so. Wie lange war denn der mit dem anderen unterwegs? Hat die einen super Crashkurs bekommen? Wie werde ich zum, 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 Scar-Heini in 24 Stunden? Vielleicht. So, das hat das Tor jetzt davon. Dem haben wir es gezeigt. Ach so, Quatsch. Wartet mal. Ich muss wahrscheinlich... ...erst noch das Tor öffnen. Immer ist irgendwas, ne? Schlimm. So, Leute. Dann machen wir jetzt hier an der Stelle für heute Schluss. Und morgen beginnt die Wildwasserfahrt. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.